Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von dem italienischen Klempner, Super Mario 64. Ich habe mich schlau gemacht und die Wasserwelt können wir jetzt noch nicht beenden. Wir müssten erst einen neuen Anzug freischalten oder eine neue Mütze. Und deswegen gehen wir erstmal in eine neue Welt rein. In eine andere, die wir hoffentlich kompetieren können. Oh, drei Sterne. Haben wir. Dicke. Die Missionary-Kraft hat die Magie geöffnet. Äh, die Tür geöffnet. Und, yeah. Eine Schneewelt. Äh. Yeah. Alles klar. Beber weg, Bob. Rutsche auf der Eisbahn. Äh. An einigen Stellen herrscht extreme Rutschgeweite. Alles klar. Das ist doch mal sonnenklar. Was ich aber erstmal machen werde, ist was anderes. Und zwar dieses Pinguin zu seiner Mama bringen. Komm her. Kann man damit eigentlich teleporten? Ja. Wuhuuu. Ah. Bleib hier. Bleib hier. So, abgekürzt. Hoffe ich doch einfach mal. Und zack. Ja. Amario. Flasche. Okay. Okay. Und hier runter. Yeah. Äh. Da ist er. Ey, guck doch mal hinter dir. Das ist dein... Ach. Geil. Mann, hier. Oh, das ist doch Mario. Und mein Baby. Hier, hast du was. Cool. Und noch ein Stern. Geil. Ja. Ähm, zack. Ganz billig eingesammelt. Und yeah. Das wäre erledigt. So, finde das Pinguin Baby. Null Münzen gesammelt. 19 Sterne. Alles Paletti. Kuss 4. Das wird so mega cool. Rutscht auf der Eisbahn. So, können wir jetzt machen. Ich wollte unbedingt das Baby zuerst zurückbringen. Und auf Waldmeister spielen. Äh, Weihnachtsmann spielen. Von außen sah das viel größer, kleiner aus. Aber ist egal. Das ist nun mal so. Und daran kann man nichts enden. Ich sollte nicht so viel singen. Das stört meinen Radius von Intellektualität. Okay. Äh, Geheimgang. Ganz billig. Ähm. Nehmen. Hops. Oh, wow. Äh. Äh. Ne Wand. Wow. Oh. Gibt es irgendwas? Ein Block. Äh. Ne Leben. Cool. Äh. Äh. Cool. Ein Leben. Das ist doch cool. Oder nicht. Alles klar. Und der erste Stern. Den wir als zweites einsammeln. Und das ist sogar der Stern, der... Äh. Damit will ich dir ein Fünftel fertig haben. Geil. Alles klar. Gleich wieder rein. Den vierten Kurs von Super Mario. Ich hab mir überlegt, das mit den Münzen sammeln, ähm, zeige ich nicht in einem Let's Play, sondern ich mach ein extra, ähm, Let's Search Münzen, damit ihr sehen könnt, wie und wie man das am besten macht. Und, falls ihr es jetzt noch nicht schon längst wisst, alles klar, alles klar, alles klar, wir müssen den Pinguin besiegen. Das wird ja wohl nicht schwer sein, oder? Äh. Wieder auf Weihnachtsmann spielen und ab in Zauers. Äh. Ein Pinguin. Hm, wer rein, Klammern. Kein Frühstart. Äh, das war ein Frühstart. Auf'm Arsch. Voll dran, vorbei. Äh. Und den Führung geglitcht. Ich glaub, wir dürfen nicht diesen Geheimgang benutzen, sonst, äh, meint er, wir würden cheaten. Ja, aber hier jetzt überholen, ja. Ja, man. Erster geblieben. Das schaff' ich. Doch. Oh, 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 man. Oh, sind hier viele Münzen, ey. Helft da mal, falls ich sammeln würde. Alter. Alter. Oh, oh, oh. Über den Rand. Und. Ja, geil. Ja, oh. Gewonnen. Oh. Alter, übertreib mal nicht. Ich hab gewonnen. Und der 21er Stern ist das. Du hast mich geschlagen, Mann. Hier. Ja. Mario läuft schon hin. Ja, Stern. Eingesagt. Und die Nummer 21. So. Besiege den Stellen Pinguin. Noch ein Leben abgesagt. 72 Münzen. Beste Leistung. Und noch einmal. Ich glaube, jetzt kommt das, was ich so gehasst habe. Acht Rotmünzen. Das war's nicht. Ich probier mal was. Ey, da ist ja schon einer. Zack. Alles klar. Okay, der ist noch nicht da. Alles klar. Dann sammle ich mal acht Rotmünzen ein. Ich erinnere mich, dass hier eine war. Höh. Vor der Luft stehen. Höh. Wann ich mich verarschen? Das geht doch. Das Leben drin brauchen wir nicht. Aber da hoffe ich jedenfalls. Nummer zwei. Cool, Mann. Das ist richtig cool. Und zack. Mario. Ich hoffe, du kriegst Luft. Cool. Ich erinnere mich, hier war auch noch, klar. Chillig eingesackt. Aber ist schon lange her. Und ich verlasse meinen Abgrund. Geil. Ja. Und ich meine, wir brauchen keine extra Leben. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Finde die acht Rotmünzen. Erneut. Anfangen. Alles klar. Äh. Ähm. Geht doch. So. Nummer eins. Erneut eingesackt. So. Dann hier wieder zur zweiten Münze. Hö. Alter. Alter. Seht ihr das? Äh. Ich sehe nichts. Alles klar. Äh. Unser zweiter. Zweiter Münze. Oh, Mann. Man merkt schon. Es geht langsam. Endlich echt den Bach runter mit meiner deutschen Sprache. Nein. Also. Egal. Nein. Nicht schon wieder, Mario. Not again. So. Hier war doch auch noch irgendwo eine. Oh. Voll falsche Laufen. Ich erinnere mich. Könnte hier auf ihn drauf. Alles klar. Ja. Woo. Umschieden. Man kann das auch mit der Kanone machen, aber. So finde ich es cooler. Hö. 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 Ja. Hö. Ich müsste. Ich musste weiter. Alles klar. Nochmal. Lacht mich nicht aus. Alles klar. Vier rote. Vier rote. Vier mal acht rote. Acht mal rote. Acht mal. Ich probiere das jetzt noch mal. Alles klar. Oh, was den eckigen Kopf Mario manchmal hat. Dickköpfe ich weh mal. Alles klar. Hier, genau. Boing. So. Ich musste einfach nur weiter. Also ums Eck fliegen. Und nicht hier schon hin. Hä? Ist doch egal, Mann. Foto. Fotoknipsen. Ich lasse es einfach sein. Scheiße. Findet ihr acht Rottenmünzen? So, jetzt mach ich das aber auch. Nummer eins. Jetzt weh, ist hier wieder backen. Oh, geil. Alles klar. Er ist in Sandversen... Schnee versunken. Nummer zwei. Trem. Geil. Oh, Mann. Mario. Was? Was? No. Fail. Scheiße. Naja, egal. Wir haben drei Stände gesammelt. Und... Ich verabschiede mich. Tschüssi. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao. Ciao. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.